Hallo Tetsch, willkommen zu einer neuen Folge Fortnite, Leute. Wir spielen jetzt mal hier ein bisschen mit Enzo Blitzschnell. Und ich hab vorhin mit einem Kumpel 30 Punkte in Arena geholt. Der hatte 17 Kills und der ist fast bei 1000 Punkten in Arena. Und das ist echt krass. Also, ich hab leider da nicht aufgenommen. Sonst hätte ich es natürlich schon hochgeladen. Weil das ist schon dermaßen crazy, so viele Kills zu machen. Hier ist ne Blau Tommy. Weil ich versuch ja, jeden Tag ein Video hochzuladen, damit es euch nicht so langweilig ist. Warum ist die Zone hier eigentlich so schnell? Kannst du mir da ein paar Mets in der Zone geben? Hast du ein Kempfeuer? Ich bin fast daneben gesprungen. Oh mein Gott, Leute. Lama Nummer 2 in der Runde. Wir waren in Paradise und Enzo findet instant ein Lama. Und jetzt lass aufwärtsgönnen. Warte, komm. Hä, der Sound war voll komisch. Leute, und jetzt haben wir nochmal ein Lama. Lama Nummer 2. Ihr kennt uns ja, ne? Hä? Leute, es gibt ein Update bei den Saufpacks. Achtung, da wird einer rebooted. Lass da hin. Ähm. Ähm, Dings. Du hast das Charmpad bekommen. Das ist jetzt Lama Nummer 2. Ist richtig krass jetzt, dass wir einfach zwei Lamas haben. Da will noch jemand re-riven. Ich will die Kills. Achtung, die werden gepusht. Das sind zwei Kills. Die Zweiten. Der hat ultra viele Hits. Noch mehr Hits. Der ist wide one shot. Die wollen runter. Schnell, geh runter, geh runter. Der ist mir, der ist mir, den letzten. Ich geh mir Chuck. Nein, ich geh mir Chuck. Bruder. Kannst du... Kannst du... Ach, ich krieg den eh durch. Ähm, Dings. Ich hab jetzt auch wieder Good Mets. Hast du irgendwo... Kannst du mal alles runterhacken? Gegner von O, die kommen... Also, die kommen nicht direkt, aber... Gehen in unsere Richtung. Lass mal alles runterfließen. Ich wollte nämlich... Achtung, Gegner! Der hat einen Impuls nicht gejustet. Ich hab eine Stinky noch. Nein, aber in der Nähe von... W... W... Falls. Hin. Ja. Leute, es gibt nur drei Lamas in einer Runde. Warte, warte! Nicht töten! Lass, lass, lass! Achtung bei mir! Töt ihn erst bei mir! Der fightet! Der ist in der Third Party! Achtung, nächstes du! Leute, wir haben drei Lamas. Los! Down! Ich... Du kannst die Kampfrot nehmen. Ich nehm sie auf Packs. Leute! Achtung! Hit! Weit! Achtung! Der andere! Blue, weit! Down! Enzo! Enzo! Komm in die Zone! Ich muss mir Saufpacks gönnen, sonst sterb ich. Ach, sicher! Lass, dann in der Zone, Dings, äh, Lagerfeuer. Ich bin so langsam! Ey, Enzo! Die Tern nehmen wir ja komplett. Ich nehm, mach, äh, die Hälfte low. Dann kommst du und holst sie. Aber ist gut. Ist gut. Achtung, pass auf, place schnell, Zone kommt. Zone kommt jetzt. Zone macht Fünfer-Ticks, irgendwie. Ich hab aber auch noch einen Kämpfer, ja? Ja. Leute, wir haben drei Lamas in der Runde. Darauf müsst ihr ein Like geben, dass wir drei... Ey, hat der Typ, wo du getötet hast, das sich gerade erst Lama gegönnt? Oh mein Gott, wir hätten fast drei... Achtung! Auf der Brücke! Der ist im Wasser jetzt. Hit! Weit! Achtung, Gegner noch oben auf diesem Ruhenturm. Kommt, der ist white, der ist white, One-Shot. Äh, heal mich, heal mich. Da drüben ist ein Mad-Kit und Bandagen. Der ist white, den kannst du... Der ist One-Shot. Ich konnte nicht bauen, sein Mate ist hier drin. Wer bist du, Dickies? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ey, Leute! Das war's auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Haut rein! Gebt einen Daumen nach oben. Auch für die drei Lamas. Ihr habt's gerade gesehen, man konnte nicht bauen. Ähm, das war so ein Bug beim Schiff und so, ne? Ich hab gebaut, aber es hat nichts gebläst, deswegen bin ich auch down gegangen. Die gehen jetzt an der Zone down. Haut rein!